Jungs, ich bin Dienstag hier. Dienstagmorgen ist Training und dann wollen wir mal sehen, was hier noch läuft. Ja, Tommieren-Tor. So, der Trainer erklärt, wie der alles. Der Co-Trainer auch. So, jetzt geht das wieder los hier. Loges, jetzt geht die Lütze ab. Ich hoffe schon mit dem Tunnelblick. Nächsten Montag in Kiel, da müssen wir was aufziehen. Loges, jetzt geht das ab. Hier, Toni, jetzt am Ball. Ja, das ist schnell vorbei. Ja, die Außenstürmer, das ist natürlich mit den Flanken nicht so toll, ne? Ist doch ja auch, muss viel mehr geflankt werden. Dann macht unsere Turmmaschine noch mehr Tore. Unser als Simon, hundertprozentig. Ja, aber es ist wunderbar, alles hört zu. Siehst du, ich siehst du. Am Brunsus wird das mal abgeklatscht. So wollen wir das sehen. So wollen wir das sehen. Ja, alles gut. Peter bleibt noch ein bisschen drauf hier. Sehr interessant. Ihr hört ja auch da, er sagt vieles. Ja, jetzt läuft er. Zweikämpfe immer. So ist er. Super wollen wir das sehen. Rauf auf die Kiste. So ist er richtig. Ja, gut. Ja, Jungs, das sind die ersten Bilder. Wie der Peter hat sich von Höhersturz bis hin erholt. Dann ist er natürlich natürlich wieder vor Ort. Und die Freude war groß. Ja, logisch. Immer weiter, immer weiter. Nicht so lange Pausen. Ja, Positionsspiel. Ja, logisch. Los, Karl, das mache ich nicht. Zweikämpfe. Ja, gut. Dort sehe ich auch. Wunderbar. So, Jungs, das sind die ersten Bilder. Die anderen kleinen Videos kommen doch hier nochmal. Alles klar, unter der HSV. Haut rein, macht einen schönen Dienstag. Und morgen wird zweimal trainiert. Dann fehlt er wieder vor Ort. Alles klar. Tschüssi, tschüss, unter der HSV. Tschüssi.